Was hast du da in der Vorrunde gelabert? Du hast öfter mal klangliche Misserfolge, du Madep? Wie kann man den Scheißbeat nur so heftig verfehlen? Digi, du triffst den Dakt so häufig wie Doppelglas nicht mit Mädels Bis auf diesen Marco gibt es sonst keinen, der Flochfehler macht wie er Pausensetzung, Silbenanzahl, der macht's jedes Mal verkehrt Scheiß auf Rap, du solltest erst mal reden lernen Du Zwerg mit der Pisse gewinnst du nicht einmal nen Lesewettbewerb Und mein Titus Vater wird es einen kleinen Hut verdreschen Dank deines Stats kannst du Gürtelmarken am Geschmack erkennen Minecraft Rap-Videos hast du toll gemacht Doch die Clips beweisen nur, dass du keine Freunde hast Echte Kontakte mit Girls, darauf kannst du noch lange warten Aber sag's na klar, wenn man erwähnt, dass Frauen Ecken und Katzen haben Dann holst du Goldie noch für ein, zwei Scheißleins rein Allein peinlich zu sein, hat dir anscheinend nicht gereicht Ey, ich will dir doch nichts böses Nach dem Bändel können wir uns gerne noch versöhnen Hör bitte nur auf mit Rap, weil dir ziemlich blöd ist Danach hör ich auf dich zu mobben, Digi schwöre Rap ist weder gut für dich noch für die Menschen in deinem Leben Ich hab gute Argumente, gewinn die das auch belegen Du bist scheiße, 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 du bist scheiße Schon ironisch, dass da du und deine Mama was gemeinsam haben Sie wird von so ziemlich jedem Penner weggehämmert Darum ist das Invertat einer Mama voller 64er Stacks mit Sperma Es gibt keinen auf deinem Server, der nicht ihr Höschen gesehen hat Denn ihre Fotze entspricht in etwa der Größe des Nähters Sie wird als Raid Boss in ner Höhle von 10 Dudes weggeploppt Bis sie dann neun Monate später noch nen Hurensohn droppt